Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Tribe Primitive Builder. Weiter geht's, Leute. Dorf Nummer 3 steht soweit. Ich muss jetzt erstmal wieder reinkommen und überlegen, was wir als letztes machen wollten. Ich glaube, wir wollten auf jeden Fall noch Typis holen. Haben wir schon mit dem Speer geredet? Ne. Weil ich sehe jetzt da oben, wobei brauchen wir noch Typis, wir schaffen uns mal einen Überblick. Wir müssen mal gucken, ob im Wüstencamp der Koch... Da, Kochhütte, Wüstencamp. Ja, ja, er arbeitet und macht Wüstenrationen. Äh, Gewürzterationen. So, ich habe gerade schon im Stream erzählt, morgen kommen meine neuen PC-Teile. Die restlichen, die noch fehlen. Gehäuse ist schon da, Festplatten sind schon da. Der Rest kommt morgen, außer Grafikkarte. Die kommt leider erst am 28. Und das krasse ist, jetzt ist ja Black Friday. Ey, die Grafikkarte wurde 400 Euro teurer. Alter, richtig crazy. Ne, ich glaube 200. 200, 300 so. Aber da, wo ich sie bestellt habe auf der Seite, sind es jetzt schon 400. Ja, Angebot und Nachfrage, ist halt so. Genau. Ähm, ja, es wird auch einen Baustream geben vom PC auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen was trinken. Und wir müssen schlafen. Sehe ich gerade. Und gerade läuft auf jeden Fall die Produktion der, äh, Rationen. In der Wüste, weil wir haben ja gesagt, wir schicken gerade Gewürze, schicken wir vom Norden in den, in die Wüste. Dort wird Nahrung, also gewürzte Nahrung erstellt. Und diese geht dann wieder zurück in den Norden. So, und wir sollen noch zum Jünger. Ich weiß, wir werden jetzt erstmal schnell was trinken. Dann werden wir schlafen und was essen. Und auf dem Weg zum Jünger müssen wir dann eh nochmal trinken. Ja, das klingt nach einem Plan. Aber krass mit der Grafikkarte, oder? Ich dachte auch so, Black Friday, hier wird doch alles günstiger. Äh, nee, irgendwie wird das die letzten Tage immer teurer, Alter. Das ist so krass. Hätte ich auch nicht gedacht, tatsächlich. Und wo ich gerade noch dabei bin, äh, ich habe ja gerade mir einen Holy gemacht. Holy Energy. Energy ohne Zucker und ohne Chemie-Scheiß. Also wer gerne mal Energy trinkt, dann holt euch wenigstens die gesunde Variante von Holy. Und, äh, Holy hat zwei neue Sorten. Morgen komme ich endlich wieder nach Hamburg. Gucken, wie meine Wohnung aussieht. Und, ähm, hoffe, dass die morgen ready ist. Also die wird ja erst übernächste, also erst nächste Woche. Am 30. kann ich wieder in meine Wohnung. Da bin ich nicht mehr obdachlos. Ähm, aber morgen sollen wohl die Malerarbeiten dann schon fast fertig sein. Und dann kann ich endlich aus Hamburg, weil in der Packstation liegen zwei neue Holy-Sorten. Holy hat nämlich zwei neue Sorten. Einmal Waldmeister und Waldbäre. Da freue ich mich tatsächlich schon sehr drauf. Waldmeister klingt sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Außerdem hat Holy gerade Gewinnspiel, Leute. Man kann ein Auto im Wert von 30.000 gewinnen. Bin ich persönlich richtig crazy. Ein Auto im Wert von 30.000 und, äh, 5 PS5. Also, wer mal Holy probieren wollte, will, wie auch immer, der sollte jetzt mal eine Bestellung tätigen, weil pro Bestellung, 10 Euro Bestellung kriegt ihr, oh, ich hab noch da oben das Essen an, kriegt ihr ein Los. Das heißt, wenn ihr jetzt für 20, 30 Euro bestellt, kriegt ihr zwei oder drei Lose. Oder ihr beholt euch halt für 14,99 so ein Probierpaket. Dann kriegt ihr halt einen Los. Aber dann seid ihr halt im Lostopf. Und wenn ihr Glück habt und euer Los gezogen wird, gewinnt ihr einfach ein Auto für 30.000. Das finde ich halt schon krass. Das ist ein richtig crazy Gewinnspiel. Ihr könnt auch mal im Chat Ausrufezeichen, ähm, Holy Giveaway eingeben. Und dann seht ihr da nochmal, wie, wo, was. So, guck mal, hier haben wir schon 20 Mal Gewürze. Das sieht doch gut aus. Und hier haben wir auch schon Pflanzen. Das bedeutet doch, dass eigentlich mit der nächsten Fuhre die Pflanzen... Ach nee, die sollen ja hier verarbeitet werden. Ich muss noch mal kurz gucken. Die sollen hier verarbeitet werden. Auch zur Essensration, ja. Okay, crazy. Gucken wir denn da, wie viele Leute haben wir da in der Kochhütte. Wir haben noch einen, der nichts macht. Ja, den packen wir auch in die Kochhütte, komm. Das sieht doch gut aus, Leute. Das sieht gut aus. Das heißt, wir werden uns jetzt, äh, Essen reinschieben. Mal auf die Acht legen, wie immer. Upp. So, nochmal. Okay, da brauchst du jetzt nur noch zwei Essen statt drei dann. Auch nicht schlecht. So, mein, mein, äh, Dings hier auch runterziehen. Und jetzt müssen wir zum Jünger. Zum Bürgermeister des Normens. Pilze haben wir jetzt erstmal genug. Die nehme ich jetzt nicht mehr per Hand mit. Die habe ich am Anfang immer per Hand gesammelt, weil das dann halt schneller in der Produktion geht. Die Grafikkarte habe ich noch für 199 bekommen, ja. Jetzt kostet ihr einfach 2000, also für 1999, ne, 1999. Jetzt kostet ihr irgendwie 2300 nach mich tot. Ist schon krass. Ich habe gedacht, Black Friday wird günstiger, aber ne, Angebot und Nachfrage. Gibt gerade echt, also echt wenig, ähm, 40,90. Und deswegen sind die auch so teurer jetzt, weil natürlich die Nachfrage so hoch ist. Also, du bist gekommen, um deine Reise nach Süden fortzusetzen, Reisender. Jawohl. Das ist dein Schicksal, aber. Um die Lebensweise des Südenstamms zu verstehen, musst du zuerst das Steinhandwerk meines Volkes meistern. Wie? In jedem, äh, in dem du von uns lernst. Und in dem du den Stein verwendest, um deine Fähigkeiten zu perfektionieren. Schon dabei. Lieste den Bau einer Steinmetzhütte ab. Und wisst ihr, was jetzt das Problem ist? Dass die Steinmetzhütte noch übelste Rituale braucht, glaube ich, oder? War das nicht so? Oder hatten wir schon eine Steinmetzhütte? Aber wisst ihr was? Hier war doch irgendwo... Ah, warte mal, ne, Schieferstein kann die Steinmetzhütte eh nicht abbauen. Die baut normalen Steinen ab. Okay, das heißt, wir müssen hier irgendwo bauen, wo auch normaler Stein ist. Das Blöde ist jetzt, guck mal, die Handwerker, die rennen jetzt immer von da nach da. Ist das ja was richtig smart wäre eigentlich? Haben wir noch genug Material? Ja, haben wir. Was richtig smart wäre, wenn die hier einfach noch eine Wohnhütte kriegen. Das mache ich jetzt auch. Da müssen die nicht so weit laufen. Da reicht ja eine Schlafhütte für drei Leute, weil die sind ja zu dritt. Weil dann rennen die halt jedes Mal zu ihrer Schlafhütte da. Ich weiß jetzt nicht, ob sie die automatisch wechseln hier und nachts dann hier pennen. Das ist eine gute Frage, ob sie halt immer zu dem Nächsten laufen, was nah dran ist. Ja, zumindest am Schlaust programmiert, nenne ich es mal. Aber ob das jetzt so ist, kann ich euch überhaupt nicht sahen. So, jetzt haben die auch eine... Aha! Baue das erste Gebäude. Was? Baue das erste Gebäude, mein erstes Mal. Haben die vielleicht mit dem Update jetzt Errungenschaften reingebracht? Das kann natürlich sein. Weil wir haben schon drei Dörfer komplett ausgebaut. Und der sagt jetzt, baue dein erstes Gebäude abgeschlossen. Haha! So, das bedeutet, wir brauchen Steinmetz. Und Steinmetz, der braucht ja immer... Können wir auch schon mal gucken. Produktion. Ja, okay, die haben wir schon fertig. Aber unten sehen wir immer, was der holen kann. Ah ja, Schieferstein. Und... Ah, der holt doch Schieferstein. Schieferstein. Da steht eigentlich blauer Stein. Das wäre der normale. Aber den lasse ich dann natürlich auch hier vorne das holen. Beim Eingangsbereich. Aber da gibt es, glaube ich, kein Obsidian. Das werden wir jetzt sehen. Guck, jetzt kommen wir schon näher. Weil hier unten ist ja beim Eingangsbereich Schieferstein. Aber Obsidian habe ich tatsächlich noch gar nicht entdeckt. Okay, das wäre dann einmal hier unten. Aber das ist schon ziemlich weit. Das ist halt dumm. Die ist halt nicht so schlau. Wenn wir das doch da oben irgendwo bauen. Weil hier hinten gab es auch Schieferstein-Vorkommen. Dann bauen wir da wieder eine Hütte hin. Aber ich glaube, Lager brauchen die dafür nicht. Die lagern das quasi oder die bringen das imaginär dahin. So, wenn man hier alles täuscht. Jetzt hier auf der rechten Seite müsste doch irgendwo dieses Schiefer-Vorkommen kommen. Oder nein? Also wird auch das eine mal drüber gestolpert. Dann geht es auch schon zum letzten Stamm tatsächlich. Wenn ich jetzt weiß, wo das war. Dass es hier oben war. Das ist aber sehr weit weg. Könnte aber sein, dass das da oben war. Da braucht es sich ja fast da oben, so ein kleines Hütchen zu bauen. Brauchen wir ja nicht viel. Da brauchen wir ein Lagerhaus. Schlafhütte. Und Marktplatz. Damit der Marktplatz das wieder irgendwo hinschiebt. Tja. Wo das jetzt war, ey. Frachs Pferd. Da gibt es dabei kein Schiefer. Irgendwo war so ein Steinbruch. War das so zu weit wegbauen? Da musst du echt noch ein neues Lager bauen. Das habe ich nicht mehr. Das war irgendwo in der Nähe von dem Typen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber war das hier oben irgendwo vielleicht? Mal hier den Bau-Dings weg. Ich bin schon leise gewesen. Hallo, Lupi. Grüße. Wie geht's dir? Steht jetzt alles gut? Irgendwo war halt so ein Steinbruch. Das war auch in der Nähe von dem Diddly-Dude. Ja. Ja. Ja, würde ich schon sagen. Geht wieder bergauf. Bloß ich habe übel Rücken. Irgendwas eingeklemmt. Hier war das. Gefunden. Na okay, hier das Helle. Aber obsidian hast du hier nicht. Aber vielleicht gibt es hier auch gar keinen obsidianen. I don't, Knopf. Ich stelle mir hier mal die Dingshütte hin. Ich stelle mir hier mal die Dingshütte hin. Ich glaube, wir haben da gesammelt schon Ressourcen. Das wir nur noch bauen müssen. Ich glaube, wir haben da gesammelt schon Ressourcen, was wir nur noch bauen müssen. Oh ne, brauche ich jetzt hier wieder ein Dings? Nein, ich brauche hier wieder ein Totem. Und ich habe kein Totem dabei. Das ist schlecht. So, dann brauchen wir auf jeden Fall noch eine Schlafhütte. Für drei Leute. Oder wie viel können da drin arbeiten? Scheiße, die taucht jetzt hier noch nicht auf, weil... Ich bin da ein Totem. Guck mal, die kostet nix. Stell ich mich jetzt hier mal irgendwo hin. Ich bin da drin. Ich bin da drin. Dann können wir hier nämlich einen Steintotem bauen oder einen Tontotem. Und einen Bambustotem. Wir brauchen ja beides. Das ist immer so nervig, dass man beides braucht. Nerv? Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall übeln Nacken. Und die ganze linke Seite runter. Ich weiß auch nicht. So. Zack, 50% besser. Ja, und jetzt ist das Ding... Jetzt brauchen wir noch eine Lagerhütte. Und einen Marktplatz tatsächlich. Und eine Schlafhütte. Das ist ja auch ein eigenes kleines Dorf hier draußen, ey. Ach so, wie viel können wir da jetzt einteilen? Steinmetz-Hütte. FIFA. Scheiße, geht nicht. Dann machen wir auch einen Ort. Ja, vielen Dank, Lobby. Danke. Hä, guck mal. Hier kriegt man jetzt echt immer Errungenschaften. Die sind neu. Drei Leute. Okay, das heißt, wir brauchen nur eine kleine Hütte. Dann brauchen wir schon mal die kleine Hütte. Äh, da... Schlafhütte. Drei Leute. Ah, müssen wir es da einstellen. Tatsächlich eine Schlafhütte. Eher eine große für fünf Leute, weil wir brauchen auch welche fürs... Einen fürs Lager und einen für den Marktplatz. So, jetzt haben wir die ja schon gebaut. Ist egal, kommt noch ein Bomber. Ja, doch, fünf macht schon Sinn. Ach, komm. Da bin ich drüber nachgedacht. Hallo, Ember. Dann kriegt er ja mal ein bisschen Ressourcen wieder. Das ist das Gute daran. Und doch eine mittlere, tatsächlich. Ist man die eigentlich irgendwo anders noch hingesetzt? Oh, gerade. Das ist das Gute. so fünf leute das passt dann versuchen wir hier noch der lagerhütte und marktplatz hin zu pflastern halt dann direkt auf weg war aber hier jetzt so die markt wird er den mann lager hin dann 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Dann brauchen wir das erste Lagerhaus, genau. So, dann haben wir da ein Lager, dann brauchen wir jetzt noch den Marktplatz und dann haben wir hier schon mal ein laufendes System. Scheiße, jetzt kriegen wir das da eigentlich nicht mehr hin. Ich wollte schön das Lager da noch hinbauen. So gut ist, dass die Ressourcen ja jetzt auch nur wieder im Lager nach... Oh, Post. War ich wieder da? So, dann können wir das andere Laubsch vaccinationsaschreiben. And, um es auf das Lagerhaus Loftsteig. Ist natürlich. So, dann können wir das weniger. Da, da, das euch noch einmal in س Nouстр acreditaron. Genau das ist ja sehr, sehr sehr viel. So, dann geht das wieder da, da, da die P wipeiff zu lassen. So, dann können wir das份 Chereicht Bremsen darum eben. Und dann können wir das lange wird das auch verlihrung. Oder wie oh, zweit dann ist das. 800 TM vergesch唱. Untertitelung des ZDF, 2020 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 muss man schon sagen, aber macht schon Spaß. Was für ein Ritual durchführen? Göttlicher Segen. Oder mal was der kostet. Göttlicher Segen, das ist der schon. 25 Steinstatuen und 25 Pilzbräuer. Krass. Dann ist das Speer. Entschuldigung. Wo hast du neue Leute gesehen? Die sind weit weg. Guck mal, hier gibt es Ranken. Das sind immer zwei pro. Okay, das ist gut. Oh, das ist eine Hütte. Nee, das ist meine Sammelhütte, wa? Die Sammelhütte. Der Regen ist laut. Der Regen ist laut. Der Regen, 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 Regen ist laut. Da sind sie. Die Gauner. So, haben wir noch drei zum... zum, äh, Dingsen. Guck mal hier, Lagerhütte. Schiefer. Einer. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wie kriegen die jetzt hier ihr Werkzeug? Müsste quasi... in der Wüste oder im Dschungel vom Werkzeugmacher noch was da hinschicken lassen. Damit die mal Werkzeug haben. Weil denen fehlt eine Spitzhacke jetzt. Ja. Oder man baut noch noch Materialien. Na, es neigt sich alles zum Ende. Schwierig. 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 Wir gucken jetzt erstmal, ob wir vielleicht genug haben für das Ritual. Daher. Steinstatuen, da brauchen wir nur Stein, oder? Oder brauchen wir da Schieferstein? Ich meine, davon haben wir noch genug. Können wir auch Schiefersteinstatuen bauen. Ah ja. Okay, das dauert natürlich dann jetzt kurz. 25 Stück. Ach, ich kann immer nur 14 machen, stimmt. 25 Stück. Nein, doch kein Messer. Mensch, wenn man nicht aufpasst, ey. Pilzbräu bräuchten wir noch. Den kann man auch nicht schicken, oder was? Nur Pilze? Oh, das ist doch dumm. Das ist doch richtig dumm. Mensch, wenn man nicht schickạedu ist, okay. Nein, »Mya hochsetten.« Das ist doch richtig. swayst du Sachen ab. anyway, und dann scared der Dunkelался. Wenn man Lass mich! Und okay, was guck! Macht er das dann jetzt mal abwechselnd? Oder? Da brauchst du wieder Tonschalen. Das ist nicht so einfach. Oh, meine Dings ist da. Meine Krankenversicherung für die Weltreise. Brauchst du ja eine Extra-Krankenversicherung, Auslandskrankenversicherung. Ich wollte nicht wissen, was die kostet, ey. Aber irgendwann bist du auch an so einem Punkt, wo du dir dann denkst, ja, was soll ich machen? Das brauchst du halt. Alles kostet Schweinegeld, ich sag's euch. Schwierig. So, jetzt haben wir 19. Das heißt, wir brauchen noch 6. So, jetzt sieht er gut aus. Und dann brauchen wir Pilzbräu, den müssen wir jetzt zu Fuß holen. Aber ist da was? Dann werden wir jetzt was essen. Schlafen. Und dann losgehen. Damit wir nämlich fresh sind. Jetzt arbeiten die beim Schieferstand natürlich nicht. Nicht so einfach, Leute. Weil die keine Dings haben. Kein Werkzeug. Mittlerweile viel Makro-Management hier beim Game. Was mich nicht stört. Ich find's gut. Aber es war ja schon mal jemand im Chat, der gesagt hat, das wär nix für ihn. Ich kann mir vorstellen. Wenn man da jetzt nicht so einen Bock drauf hat. oder ein Händchen auch nicht dafür, dann... So, wir müssen jetzt... Nein. Guck mal, hier siehst du sogar die Produktionsketten. Das seh ich jetzt erst. Ist aber neu, oder? 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 Da kam, wie gesagt, ein Update. War gestern? Heute oder gestern? So, dann kriegen die jetzt hier noch Werkzeug. Das ist schon immer ein ganz schönes Stück zu laufen, ja. Guck mal, ob sie die Jahren kriegt man im Süden. Guck mal, wie gesagt. Okay, das passt. Dann legen die wenigstens schon mal los. Schnellreise wär halt nice. Schade, dass es keine Schnellreise gibt. Weil bei den ganzen Dörfern, du musst hier was machen, du musst da was machen. Das ist alles... Viel gelaufen. Das muss man schon sagen. So, jetzt bringen wir das gleich mal zum Alter und dann müssen wir Pilzbräu holen. Kriegen wir in der Wüste, da dürfte aber genug da sein, tatsächlich. Das ist voll cool, wenn man die Hütten und alles wieder aufbauen könnte für die NPCs. Aber das geht leider nicht. So, dann lassen wir mal die beiden Messer, die wir aus Versehen gecraftet haben, auch gleich hier. Ah, die sind schon wieder aufgebraucht. Sache, die kommen nicht hinterher da mit der Werkzeugproduktion. Sollte man vielleicht irgendwo die Werkzeugproduktion noch ein bisschen ankurbeln. Musik diese ganzen trophäen die jetzt erst kommen spiel schon halb durch und jetzt gibt es trophäen das war gleich noch mal gucken wie viel wie das mit dem werkzeug typ ist warum er so wenig arbeitet das ist ein spitzer gefühlt So, zurück in der Wüste. So, gucken wir mal hier ins Lager, jetzt bin ich mal gespannt. Muss ich kurz gucken, Lager ist da vorne. Hätte hier noch voll Essen drin liegen, aber... Ist auch nur einer drin. Ja, weil er noch 100 verwurstelt, ja. Okay, aber hier die Stammeshütte Nord. Ist ja Quatsch, wenn die auch Pilze macht. Das ist echt Quatsch. Achso, aber weil ich als Pilzbräu... Das ist eigentlich Quatsch, dass ich die hier mache. Stimmt, das ist Quatsch, dass ich die hier mache in der Wüste. Was sollen wir jetzt mal unterbinden? Der muss hier gar nichts mehr herstellen, tatsächlich. Die sind mal durch. Solltexgröße. Ich nehme die weg, weil die Schamanenhütte muss gerade nichts machen. Das ist so Quatsch. Der im Norden muss die selber produzieren. Das heißt aber, ich brauche auch keine Pilze in die Wüste schicken. Das ist doch Quatsch. Aber ich muss von Nord aus... Wir brauchen definitiv noch einen Marktplatz irgendwo, wo wir einen Handwerker haben. Das wäre hier dann... Er liefert jetzt Schüsseln in den Norden. Ja, und in den Norden soll er selber... Ja, das passt. Das passt. Dann brauchen wir jetzt noch... Wie viel... Was macht der Handwerker? Wie sieht es mit dem Handwerker aus in der Wüste? Also der Werkzeugmacher. Hier können wir noch einen dazu. Tüdeln. Tüdeln. Ein bisschen Tüdeldraht. Hier, grobe Hacke. Soll er auch noch machen. Und die grobe Hacke muss er natürlich dann auch schicken. Okay, warte mal. Wenn die hier genug Werkzeug produzieren, dann baue ich hier noch einen Marktplatz. Jetzt... Ja. Ja. Ja, ja, ja. Okay, das sieht gut aus. Das nehme ich alles mit. Ja, wobei, das brauche ich nicht. So, das heißt, wir bauen hier noch einen Marktplatz, einen zweiten, weil die Weile, äh, die das dann zum Dingsbums bringen. Also... Den bauen wir hier hin. Er ist wieder so groß, wa? und so das heißt bei dieser bei diesem marktplatz den nennen wir jetzt mal marktplatz wüste 2 machen einen da rein und lassen wir brauchen hier drei leute auf jeden fall drin das heißt dann müssen wir noch leute holen denn hier sollen die ane da soll er doch von hier aus soll werkzeug und zwar einmal messer einmal hacke und einmal spitzhacke dazu geliefert werden nach ne eigentlich ja nur die grobe hacke war eigentlich nur die grobe hacke hacke kuchen zum schiefer hacke und essen überhaupt da essen ankommt ist die andere frage da ist aber auch noch zwei also noch eine person das kann ich mich hier noch schlafplatz hatte warum war von einer hütte drei leute die wir hier holen da 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 so drei leute holen hat hier aber man hat hier schon gute beschäftigung was soll sagen arbeitet er denn jetzt hier der werkzeugtübi in der wüste banken fehlen jetzt alle mitgenommen haben dann erst mal wieder ranken hinbringen da kommen wir ja quasi pi mal daumen eh dran vorbei oh Bis zum nächsten Mal! So, drei Leutchens rekrutieren. Und dann können wir jetzt das Ritual durchführen, weil wir haben jetzt das Pilzbräu. Und dann geht es schon zum letzten Stamm, glaube ich. Aber muss man schon sagen, gutes Game. Bleibe ich dabei. Macht Spaß. Er findet jetzt das Rad nicht neu, aber sorgt für Unterhaltung. Jetzt haben wir drei Leutchens zum Verteilen und dann packen wir auf jeden Fall noch einen in die Sammlerhülle. Das sind nur Singleplayer-Text, ja. So. Guck mal, jetzt will er angeblich zwei dahin bringen und zwei hier. Teilt er das dann in der Hälfte oder so in der Mitte? Gute Frage, gute, gute, gute Frage. 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 Jetzt pümmeln hier überall auf der Karte welche rum Das finde ich eigentlich schon mal ganz geil Alles unter Wakes Aber wenn ich das richtig sehe Die Jescherhütte in der Wüste die macht nichts mehr Zumindest holt die keine Knochen Aber die macht halt wirklich nichts mehr Können wir noch irgendwas anderes holen Nö der ist einfach full Der hat seine Lager immer voll Ist eigentlich stark Hier fehlt Werkzeug im Dschungel Weißt du was Dann nehmen wir doch mal hier einen Jäger weg Und machen hier Ein Werkzeugmacher dazu Der hat keinen Stein mehr Warum Was ist mit der Sammlerhütte Wollen die keine Steine oder was Die holt nichts Die holen nur Rankel Nö der schleift Kann ich ja lange warten Arbeiten die da oben überhaupt nicht mehr Weil die keine Steine haben Nö Und ohne Messer holen die jetzt keine Steine oder was Krieg ich zu viel Den ist einfach das Werkzeug ausgegangen Dann gucken wir hier gleich nochmal Vielleicht können die doch hier In der Wüste Wenn die eh genug Essen haben Auch Essen Die brauchen doch gar kein Gewürzes Essen schicken Die können doch Ach ja doch Normales Essen geht ja nicht Macht Sinn Und Schiefer liefert nach Nord Schiefer Stein Und schon schließt sich der Kreis Jetzt kriegt Jetzt kriegt Dschungel keine Ressourcen mehr Auf die Kette Weil sie keine Werkzeuge haben Aber das ist ja auch ein bisschen dumm Dass der Samm Ähm Dass der Werkzeugmacher Ohne Ja ohne Steine Nix mehr machen kann Und die Sammler Ohne Werkzeug Keine Steine sammeln Meine Fresse Jetzt muss ich bis zum Dschungel zurücklaufen Ne Jetzt machen wir erstmal das Ritual Pfff Das hart Den darf also nie das Werkzeug ausgehen Krass Oder nie der Stein Je nachdem Aber Problem erkannt Problem gebannt Ich finde es ganz gut Dass es hier keine Ausdauer gibt Das wäre noch ätzend Weil du echt weite Wege laufen musst Das ist ja fast wie Icarus Hehehe I'm walking on the sunshine Woaah Woaah Hallo Hitachi, grüße. Mr. Heisi, ich könnte eigentlich die Leute mal direkt fragen mit einer Umfrage. So, warte mal, jetzt packen wir hier die Pilze rein. Essen haben die hier eigentlich genug. Irgendwas wollte ich noch hier lassen. Brauchen die denn hier in der Wüste? Fehlt denen irgendwas? Wir haben auch keine Messer. Krass. Okay, wenn ich jetzt eh zurücklaufe. Ja, wenn wir jetzt eh zurücklaufen. In den Norden, dann werden wir jetzt im Norden eine Werkzeugproduktion noch herstellen. Wie hatte ich denn letztes Mal mit den Emotes Umfrage gemacht? Ich glaube über... Über eine Seite, wa? Hä? Okay. Ma? saw Ach, da geht's dann weit? Ah, ich hab mich schon gewundert, wo soll's dann eigentlich weitergehen? Obsidian freigeschalten. Obsidian-Stator. Obsidian-Perlen. Wofür auch immer Obsidian-Perlen sind. Okay, so. So. Dann wären wir jetzt aber mal ganz kurz. Kurz ist gut gesagt. Aber es reicht dann eine Weile tatsächlich. Denen noch das Essen bringen. Trä弟, der, der. Denen noch. Trä, der, 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 der. Die, 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 die. Da, 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 da. Die Mucke ist schon geil, Alter. So. Hä? Ah! Wo haben die denn jetzt 133 Essen her? Äh! Ich bin komplett verwirrt. Oder zählen die hier so viel? Hast du da 30 Essen? 10 Heilungen. 50 Essen. Das macht ja nicht so viel aus. Aber die haben jetzt hier immer gut Sachen da. Das läuft. Ich wollte ihnen jetzt Essen da lassen. Gut. Müssen wir jetzt zu diesem Rad. Und ihr wisst, gut, der Rad ist teuer. Der gute Rad ist teuer. Oh, lecker. Ja. Aber ich bleib dabei Gegner Gegner fehlen. Können wir jetzt mal gucken. Scheiße, ich wollte es gar nicht anklicken. Steintotem. 15 Statuen. Das kriegen wir aber hin eigentlich. Hier ist sogar Obsidian-Totem. Krass. Aber 15 Stein-Statuen. Mein Pilzbräu haben wir ja schon. So. 15 Stein-Statuen. 75 Schiefer-Stein brauchen wir dafür. Da haben wir sogar noch. Krass. 15 Statuen. 15 Breeze. 15 Jahre. 15 Jahre. 16 Jahre. 16 Jahre. 15 Jahre. 18 tooling. 10 Jahre. 15 Jahre. 15 Jahre. 20 Jahren. rein theoretisch müsste man auch mehr lagerhütten bauen fällt mir gerade so ein und dann teilen sich zum beispiel zwei produktionsgebäude eine lagerhütte dann hat man nie platzmangel 25 10 und haben dann das ist sogar richtig stark da kann man stein totems machen und die wiederum geben ja ein produktionsbonus und lass mich lügen 100 75 weiß es nicht mehr ich glaube 75 war 75 prozent ja 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 So, mal gucken, was die kosten. Ich hoffe nur Stein. Zum Herstellen. Schiefer, 10 Schiefer. Was macht denn eigentlich meine Schieferhütte da oben? Die soll doch... Schieferstein. Bringt jetzt 88 Stück. Das wären schon mal 8 Totems. Aber... Wir werden selber noch welchen holen. Wir werden selber noch mal. Die Schieferstehütte. Wir werden selber noch nicht mehr. Wir werden mit dem Blumen. Wir werden selber einen Schieferhütte. Oh, kein Werkzeug mehr. Ja, krass. So, Skifahren. 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 Er ist in. Noch ein bisschen looten mit Snacks. Mal die ja nicht gleich mal mitnehmen. Ja, krass. So. 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 Shitty Boys, Shitty Girls. Sagt mal was. Erzählt mal was. Schreibt mal was in Chat. Hallo, hallo, hallo. Ihr seid da richtig ruhig. Hast doch Bergfest. Weil ihr seid kaputt von der Woche. Ich merke das schon. Kaputt. So kaputt wie die Spitzhacke gerade. So. 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 Die kommen morgen die Teile tatsächlich mit der Post. Ähm. Außer die Grafikkarte. Die Grafikkarte kommt leider erst am 28. Aber ich werde ihn schon mal zusammenbauen im Stream dann. Wird halt dann nur die Grafikkarte. So. Mal gucken wann. Gehäuse. Und. So. 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 Und. Festplatten sind schon da. Die sind gleich direkt zwei Tage später gekommen. Aber die waren halt auch bei Amazon bestellt. Da muss man halt sagen was man will. Kann ja von Amazon halten was man will. Aber. Liefertechnisch sind die halt echt. Top. Also. Die sind echt auf Platz eins. Ich kenne keine. Kleine quasi. Groß. Große Firma die so schnell lieferte. unser ausdauer ist schon gut runter gleich holt er wieder rum 400 will ich noch haben den einen noch muss jetzt durch da freue ich mich tatsächlich auch jetzt ab und zu ist es auch noch so dass meine mein videoschnittprogramm dass das ab und zu mal abstürzt also ich habe mir dann gewöhnt nach jedem schritt den ich gemacht habe kurz strgs zu drücken zum speichern aber trotzdem nervig wenn jedes mal das programm wieder neu aufmachen muss und ich hoffe dass es damit dann behoben haben wir hier natürlich die ganzen spitzhacken über hier gar nicht brauchen hier haben wir noch eine ressource übrig nord dann liefer doch mal hier auch an geht ja gar nicht aber wie ist denn hier noch einer drin das ist ja quatsch aber dann ist es natürlich auch quatsch jetzt da die dings drin zu lassen die werkzeuge lagerhütte nord beziehungsweise dass der marktplatz nord sammlerhütte nord ja wie ein messer ja wir müssen die dings ankurbeln das ist nix wir müssen die werkzeugproduktion ankurbeln und im idealfall baut man dafür sogar noch eine lagerhaus nur für werkzeug das kann man nicht decken das da müsste man gucken wir bauen jetzt erst mal noch mal ein lagerhaus das kann man nicht decken das ganz einfach mal ein bisschen Jetzt haben wir hier nämlich noch ein Lager raus. Das coole ist, hier ist sogar noch ein Typ. Das heißt, hier Lager, Hütte, Nord, Werkzeug. Das würde jetzt bedeuten, dass die Wüste... Das ist alles ein Gauderwelsch. Eigentlich wäre es geil, wenn man sagen könnte, der Marktplatz soll das hier an den Marktplatz bringen. Nächste Ressource, heißt es, der Marktplatz soll das zu dem nächsten Markt, also wenn man hier unten noch den Marktplatz quasi zu der jeweiligen Ressource auswählen könnte. Das wäre nice. Und nicht, dass alles immer nur zu einem geht. Man muss jedes Mal mehrere Marktplätze bauen. Das ist halt ein bisschen... Ich habe es noch nicht zu Ende gedacht vom Entwickler tatsächlich. So, es fehlt Werkzeug. Warum produziert denn der aus der Wüste nix? Hä? Hä? Hä, das ist ja Quatsch! Da gibt's kein Limit. Oh, das soll ich nicht dumm. Jetzt hat er da ein Limit gehabt. Drei Stück. Ein Werkzeug, der soll mindestens zwei immer da... Ah, ja, ja, ja. Okay, da ist ein Fehler in der Produktionskette. Aber rein theoretisch. Da brauchst du überall zwei Marktplätze. Wenn ich das... Ah, das ist alles nicht so schön, sag ich euch so, wie es ist. Es ist alles nicht so schön. Das ist alles nicht so schön, sag ich euch so. du brauchst überall zwei marktplätze krass weil werkzeug ist das einzige was nichts deckt und das müllte ist ganze inventar zu vom lager dings und dann kriegt er keine anderen ressourcen mehr das heißt du machst jetzt überall noch ein lagerhaus was nur für werkzeug ist das ist ein marktplatz nord werkzeug so da brauchst du aber auch wieder eine person drin das heißt hier die nämlich weg aber wenn ich die jetzt wegnehmen das funktioniert noch nicht ich brauch erst da auch immer wüssten zweites zweiten marktplatz habe ich ja eigentlich ja warte mal das würde ja bedeuten ist der hier ich weiß jetzt warum habe ich jetzt die gewürzte dings weggenommen so der bringt das nur zur schiefer ja hier fehlt mir jetzt noch ein marktplatz tatsächlich und zwar für werkzeug schon ein wenig mikromanagement ja das stimmt tatsächlich dann passt das ja brauchen wir hier tatsächlich 5 und hier noch mal ein messer und hacke so ja bevor ich hier nicht noch einen marktplatz habe der nur für werkzeug ist du brauchst du mal einen marktplatz und lager nur für werkzeug eigentlich und dann kannst du nämlich sagen dass der ja okay das klappt jetzt noch nicht aber benannt habe ich schon mal da ist eine person zugewiesen ja eine war ne noch nicht nur für den empfang von werkzeug krass so das bedeutet jetzt kurz mal orientieren da muss ich was trinken was mache ich jetzt so da muss ich noch mal ja 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 Ja, anders funktioniert das nicht. Wir müssen jetzt in den Dschungel. Aber wir gucken gleich mal. Was der da hinten braucht. Das Türmschen. Dasитель Nóschen,なんだ was ich? Lieber, ich habe den Dschungel, den Dschungel? Ich habe die Dschungel, die Dschungel, die Dschungel ist ein bisschen, aber ich habe auch die Dschungel dort, die Dschungel, die Dschungel, mit der Dschungel, der Stoff und die sich aus dem Dschungel, um sehr abgehört. Nehmen wir das? Der Dschungel und der Dschungel Wieder viel zu viele Ressourcen sehe ich gerade. Oh man, das ist wieder so ein Gerüst. Und nur um an das Rad zu kommen. Das ist so sinnlos, dass man dieses Gerüst quasi bauen muss. Die Frage ist, kann man das eigentlich abreißen? Das hätte ich bei der Brücke mal versuchen sollen. Vorher speichern und abreißen. Da pflastert man wieder jetzt seine kompletten Ressourcen rein. Das ist so krass eigentlich. Nur um an dieses blöde Rad da zu kommen. Ich meine, die Idee ist cool, dass die quasi so ein extra Gerüst bauen, um halt oben irgendwo ranzukommen. Das finde ich an sich ja nicht schlecht. Das ist halt quasi wie so ein Dachdecker. Ah, Dachdecker, ey. Aber das sind immer so übertrieben viele Ressourcen. Nur um da ranzukommen. So, jetzt habe ich kein Holz mehr. Ja, krass. Na gut. Also wieder zurück. Jetzt gehen wir erstmal in den Dschungel. Weil vom Dschungel aus kriegen wir die meisten Ressourcen eigentlich in die anderen Lager. Weil da gibt es einfach die Grundressourcen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal wieder in den Dschungel laufen. Ich würde gerne diese Feststelltaste aktivieren eigentlich. Da immer rennt. Richtig dringpinkeln, Leute. Ich muss mal ganz schnell Pipi machen gehen, okay. Ich bin gleich wieder da. Komm, ich mache hier den Pausascreen an. Ich habe eine gelbe Markierung gesetzt. Immer dem Pfeil nach. Oh, das Niveau sinkt, ne? Immer dem Pfeil nach. Ey, ihr macht doch mich fertig, ne? Ich glaube, es wird spät, gleich. Ja. Fast schon nach 12? Ja, ist nach 12, okay. Ihr habt es geschafft. Chris ist kaputt. Leute, es war ein schöner Stream. Ich hoffe. Also. Wo seid ihr? Ein richtiger Tully. Du meinst, wir wollen die Fähne sehen. So richtig. Oh, hast du ein richtiger Tully? Ist so weit. Ich krieg den Ball. Ich sehe dir auch mal aus wie wolle Petri. Das ist Wahnsinn. Warum schickst du mir nicht in die Hölle? Und alle im Chat. Wir sehen uns zu Hause. Vorwärts, bitte. Hoch, hoch, hoch. Hoch. Ah. Ja. Weiter. Ich hätte mir gleich mal was zu trinken noch holen können. Mein Trinken ist leer. Hm. Schon ein ganz schöner Weg, ey. Vor allem vom Dschungel aus. Überall hin. Deswegen ist es eigentlich wichtig, dass wir den Dschungel jetzt nochmal ein bisschen fresh machen, was die Lieferkette angeht. Auf jeden Fall noch ein... Vielleicht noch ein Lagerhaus. Ja, wobei. Lagerhaus geht da eigentlich, wahr? Ja doch. Lagerhaus nur für die Werkzeugproduktion. Also der Werkzeugproduzent bringt das an das Lagerhaus für Werkzeuge und vom Werkzeuge-Lagerhaus geht es ja dann in die Werkzeuge-Markt und von da aus wiederum wird es dann verteilt. Alter. Dann bräuchte man aber tatsächlich mindestens noch zwei Marktplätze, weil eins muss in den Norden gehen und eins muss in den... in die Wüste gehen. Krass. Aber dann haben wir eine fette Kette. Fette Kette! Man könnte da jetzt auch komplett drauf kacken und, äh... Und... Einfach die Mission weitermachen. Bei mir ist das schon wichtig. Jetzt ist auch die Frage, die Brücke ist ja fertig. Was ist denn mit dem Gestell, das ringsherum ist? Und das habe ich ja auch nicht fertig gebaut, weil wir da ein bisschen beschissen haben quasi. Also was heißt beschissen? Wir haben uns einfach Arbeit gespart. Was ist denn, wenn ich das jetzt abbaue? Geht dann die Brücke kaputt? Ach, für Grasland gibt es jetzt keine Errungenschaft. Aber wisst ihr, wo es eine Errungenschaft bestimmt gibt? Wobei, das ist ja dasselbe. Sandland waren wir ja schon. Sandland, lieber Sand... Sie liebes Sandland. Ach, das kann man nicht abbauen. Guck mal. Okay. Dann nicht. Jetzt bauen wir nämlich noch den Dschungel aus. Also die ganze Infrastruktur ist schon crazy, muss man schon sagen. Wenn ich hier vorbeikomme, muss ich immer die Rankeln mitnehmen, weil hier so viele sind. Das lohnt sich. Ab in Schlaher. Da kam ein Druthahn. Das ist das, was ich immer krass finde. Sobald man in Spielen hohes Gras hat. Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht. Könnt ihr gerne mal kurz sagen. Sobald man hohes Gras hat, erinnert mich das immer. Also wirklich immer an Jurassic Park. Wo die Raptoren da durchs Gras machen. Das ist eigentlich schon krass, wie das einen geprägt hat. So, hier sind auch unsere... Und hier können wir direkt das Haus auch bauen. Äh, das Lager, weil... Woanders werde ich das gar nicht mehr hinkriegen. Ah, die sind fleißig hier. Hier funktioniert die Arbeitskette. Wir müssen jetzt auf jeden Fall schnell Messer machen, damit die hier weitermachen. Weil aktuell ist die Kette unterbrochen, weil es keine Messer gibt. Das ist echt schon krass. Das kann ich gar nicht herstellen. Ich habe nur fünf Slots, sechs. Zurück im Anfangslager. Hier habt ihr eure Messer und jetzt gib ihm. Der stellt sogar noch Dings her. Wüsste ich gar nicht. Was der hier noch Ringschläuche herstellt. So, jetzt holen die nämlich auch wieder Stuff. So, dann können wir das hier gleich da lassen, weil das bringen sie ja von hier aus eh woanders hin. So. Ich habe gar kein Holz mehr. Krass. Hier ist genug Holz. Danke. Danke. Okay. Okay, okay, okay. Dann, ähm, wo ist denn unser Holz? Oh, wir können noch Dings herstellen. Fast vergessen. Direkt mal austauschen. Äh, Steintotems. Gebeam! 75%. Das sieht gut aus. Können wir sogar mehr herstellen jetzt, weil wir Handwerkslehrling Meistergedöns 20 haben. Pascht. Das passt. Ich hätte auch mal wieder Bock auf ein richtig geiles Aufbauspiel. Und wisst ihr, was geil ist? Nächsten Monat, Anfang nächsten Monats, kommt einfach, äh, Pioneers of Pagonia. Richtig Bock drauf. So richtig, richtig, richtig doll. Gut, Knut, da können wir jetzt quasi hier überall Steintotemse austauschen. Die kriegen alle den übelsten Boost. Hier war ja sogar schon drin, krass. In der Sammlerhütte, große Blätter holen die jetzt. Manni, die holen immer wirklich immer abwechselnd, krass. Können wir tatsächlich aber immer hochgehen. Das passt. Aber hier generell drin in der Sammlerhütte. Fleisch zum Essen. Gut. Und hier unten war der Werkzeugtyp. Lass mal umtauschen hier. Und der braucht jetzt nämlich, der kriegt jetzt eine eigene Lagerhütte. Tatsächlich. Guck mal, direkt daneben. Vielleicht geht das ja sogar. Oh ja, nice. Auf jeden Fall aber noch Menschen, die dann da drin arbeiten. Ah, das soll wiederholen. Wiederholen, holen, holen. Ist noch jemand im Chat, der Pioneers of Pagonia spielen wird? Sind tatsächlich gerade auch mit den Publischern in Kontakt. Die beteiligen sich tatsächlich auch am Gewinnspiel zu Weihnachten. So, aber Pioneers of Pagonia gibt es leider nicht zu gewinnen, haben sie schon gesagt. Das ist zu neu, das verlosen sie. Also das verschenken sie generell nicht. Gibt es nur Influencer-Kampagnen und das war's. Aber vielleicht kann ich nur ein Key so verlosen. Mal gucken, vielleicht... Kann ich da nochmal nachfragen. So, ähm... Lagerhütte. Das heißt, wir brauchen wieder Menschen. Menschen, 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 Menschen. Wo ist denn unser Speer eigentlich da hinten? Da läuft er sogar, nice. Ich weiß halt nicht, wie viele Hütten ich jetzt im Norden noch gut hab. Das sieht man halt leider auch irgendwie nicht. Guck mal, Wohnbereich. Ja, man sieht nicht, wo die sind quasi. Oder sieht man da irgendeinen Hinweis? Äh... Okay, einfach, damit wir... Damit wir, äh... Ich hab Bambus mehr. Bambus! Ja, weil die das immer gleich weiterschicken, wa? Da, ja. In die Wüste! Die Wüste bräuchten Speer. Aber... Aber... Ah, das geht gar nicht, weil der diese Ressourcen... Der bezieht die Ressourcen auch aus dem Lagerhaus. Äh... Das heißt, du kannst gar nicht sagen, dass der... Ah... Krass. Dann bräuchtest du noch eine Sammlerhütte, die nur für das Werk... Für den Werkzeugmacher holt. Okay, das ist crazy. Okay, das funktioniert nicht, aber das ist nicht so schlimm. Dann brauchst du einfach nur trotzdem ein... Dann könnte das Lagerhaus tatsächlich wieder weg. Und dafür eine Markthütte hin. Okay. Das passt hier wieder nicht oben hin. Ich verstehe aber immer nicht, warum. Oder war was? Oh, jetzt fehlt mir eh Bambus. Oh, jetzt fehlt mir eh Bambus. Das ist schon geil, dass man das so... Weiß nicht, so ein komplettes Liefersystem und so. Finde ich schon cool. Produktionsketten und sowas. Du müsstest jetzt sogar noch eine Sammlerhütte bauen. Die quasi... Du brauchst eine Sammlerhütte und einen Marktplatz, der West beliefert. Du brauchst eine Sammlerhütte und einen Marktplatz, der Nord beliefert. Das ist schon krass. Stimmt, so wird es auch funktionieren. Noch eine Sammlerhütte. Und dann von hier aus quasi die Grundressourcen wie Bambus, Holz und so in jedes Lager schicken lassen. Okay, das ist noch eine Möglichkeit, oder? Habe ich da einen Denkfehler? Nee, oder? Chat? Passt hier überhaupt auf? Könnt ihr meinem Gedanken folgen? Ich meine, das hier ist Hauptplantage für Holz, Bambus, große Blätter. Ja, für die drei Sachen würde ich mal behaupten. Also alles, was grün ist, ist ja logisch. Wir sind ja auch im Dschungel. Das musst du an andere Dörfer schicken lassen. Das musst du an andere Dörfer schicken lassen. Das musst du an andere Dörfer schicken lassen. Ich glaube, ich baue noch eine Sammlerhütte. Die Frage ist, wo wir die dann hinbauen. Hier hinten. Das würde auf jeden Fall Sinn machen. Ich hoffe, ich habe da keinen Denkfehler jetzt drin. Guck mal, da siehst du da gar, was die alles holen können. Oh, aber wenig Steine können die holen. Da habe ich mir letztes Mal gar nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Gibt es denn hier Steine eigentlich überhaupt? Ja, hier sieht es doch eigentlich ganz gut aus. Hier haben wir von allem irgendwie was. Passt mich hin. Da sind auch wieder wenig Steine. Aber wir haben ja gesagt, eigentlich Grünzeug, wa? So Ranken... Oha, Ranken wäre auch noch wichtig. Ranken gibt es dafür hier unten am Fluss, wa? Ich glaube, wenn ich das hier her setze, denke ich müsste Ranken hochgehen. Ah. Na gut, Steine gibt es heute in der Wüste mehr, wa? Schade, dass man das hier nicht irgendwie mit in den Dschungel packen kann. Ja, und dann bauen wir das jetzt da hinten. Hm? Ja, und dann machen wir das jetzt. Jetzt müssen wir uns mal das andere lagern, gucken, wie da die Beschaffenheiten sind. Vor allem habe ich am Anfang überhaupt nicht dran gedacht. Ich habe nur... äh, oder nicht drauf geachtet. Ich habe nur geguckt, wo es platzmäßig passt. Also hier waren ja Ranken übel gut. Kräuter sowieso. So, und das hier ist jetzt... Guck mal, dann mache ich einfach Sammlerwerkzeug. Wir sollen nur für Werkzeug sammeln. Zugewinnes Lager. Hat der dich ja noch drin? Ich habe dich ja abgerissen, oder? Hä? Okay, jetzt haben wir hier den Sammler. Dann brauchen wir auch noch ein Lager. Oh, war das im Pflastern. Weil das eine dumme Produktionskette ist. Das ist von da... Na doch, ist egal. Ah. Oh, ja. Oh, 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 oh. So, jetzt können wir mal, können wir mal verteilen. Sammlerhütte, Werkzeug. Es ist ja auch noch, fehlt ja auch noch Dschungel. Sammler, Dschungel. Dschungel, Dschungel. Was braucht er denn alles für Werkzeug? Okay. Dschungel. 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 Vielen Dank. 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 So, ist auch abgehakt. Ah, viel beschäftigt. So, weiter geht's. So, Werkzeug, Dschungel. 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 Werkzeug. Werkzeug. Genau. Das sieht gut aus. Und der holt. Und der holt Steine. Wo ist jetzt der Werkzeugtyp, Dschungel. Okay. Okay. Da brauchen wir. Da brauchen wir auch zwei. Da brauchen wir auch zwei. Ach, wegen den Wegen. Wegen, dass die Wege nicht so lang sind. Kann auch sein. Kann auch sein, dass ich gerade viel zu viel mache. Hä? 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 Ist doch Produktion oder nicht? da, Werkzeugküttel. Das bauen wir jetzt zu Ende, ob du willst und nicht. Ich finde das auch geil. Das macht zwar mehr Arbeit jetzt hier. Macht schon sehr viel Arbeit. Aber man hat dann einfach alles automatisiert. Man hat dann das so, wie das Spiel es eigentlich zu 100% perfekt möchte. So, der Werkzeugmacher. Lager, Dschungel, Werkzeug. Der kümmert sich nur um Werkzeug. Und zwar nur um Messer. Axtbrauen wir nicht. Hämmer. Spitzhacke. Hacke. Werkzeug. Typ. Dschungle. Dschungle. Kann doch Typ weglassen. Dschungle. Lieferung. Und trinken wir auch noch. Ja, ja. Ja, warte. Voll die krassen Lieferketten. Feier ich. Was braucht denn der jetzt? Jetzt hab ich's vergessen. Könnte es sogar abkürzen. Man könnte sagen. Dschungel. Lieferung. Oh, das ist ja jetzt der falsche Dschungel. Home. Und hier. Dschungel. Lieferung. Und hier müsste man dann auch. Holz. Dschungel. Werkzeug. Der das nur für das Werk. Für die Werkzeugküte macht. Und Werkzeug braucht nur. Ich weiß gar nicht, ob Werkzeug auch Holz braucht. Kann man eigentlich mal gucken. Braucht auf jeden Fall Steine. Ja, doch hier auch grobe Hacke Holz. Ranken und Äste. Also. Holt der Holzfäller für die, der für die Werkzeugproduktion zuliefert. Holz, Äste. Genau. Und der andere. Der holt ja alles dann. Holz. Dschungel. Home. Er holt alle drei Sachen. Gott. Aber mir ist unbegrenzt. Wobei unbegrenzt ist Quatsch. Könnte ich da nichts eingeben. So. Und jetzt brauchst du ja dann noch ein. Noch eins sogar für den Dschungel. Ach nee, das ist ja Nord. Ey, warte. Ist das jetzt wirklich Nord? Ja, ist es. Ne, warte mal, das. Welches war denn jetzt das, was wir da hinten gebaut haben? Achso, es ist noch gar nicht fertig. Ah. Was sind das hier herzustellen? Eigentlich nicht. Es ist mein Hammer kaputt gegangen. Da ist doch mal eine Lieferkette, oder? Das ist schon... Ich hoffe, ich habe da jetzt keinen Denkfehler drin. So, was fehlt jetzt noch außer Menschen? Wir haben jetzt folgendermaßen. Wir haben einen Werkzeugtypi, der nur für die Lieferung produziert. Eine Sammlerhütte. Vielleicht sollten wir mal das so ein bisschen schieben. Guck mal, Werkzeugtyp für Lieferung. Kriegt seine Ressourcen vom Sammler. Also der Sammler vom Werkzeug. Der Sammelt Ranken und Steine und bringt die dem Werkzeugmacher. Der Merkzeugmacher baut das Werkzeug. Beziehungsweise kriegt auch das Holz vom Holzfäller, der nur für Werkzeug da ist. Baut dann die Werkzeuge und bringt die ins Dschungellager. Und dann haben wir einen Marktplatz. Den haben wir nämlich noch nicht. Markt, Dschungel. Geht das? Oh, das geht. Dschungel. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Genau so, Miri. Genauso. So. Das ist ja gar nicht ein Ort, das ist ja ein Dschungel. Das ist kacke, wenn man das falsch beschreibt, dann hast du schon verloren. Ich glaube, der Punkt ist weg, dafür dann aber... Das ist ja gar nicht ein Dschungel. Das ist ja... Hacken, Messer und Spitzhacken. Brauchen die noch was? Ich glaube nicht. Hallo, Yumi. Markt für Werkzeug. Liefert vom Dschungel in den Norden. So. Markt. Ressourcen vom Dschungel in die Wüste. Machen wir mal. Ressourcen. Ressourcen. Markt, Ressourcen und Wüste in den Norden. Und Wüste hat ja auch Werkzeug, also wir stellen ja auch Werkzeug her. Dschungel liefert jetzt in den Norden Werkzeug. Und dann... Und die Wüste stellt sich selber Werkzeug her. Okay, warte mal. So. Wenn die sich aber selber herstellen, dann brauchen die auch nichts weiterliefern. Dann ist das hier erstmal raus. Das brauchen wir gar nicht. So, und vom Norden gehen Gewürze in die Wüste. Hm, jetzt war der Dorst oder so. Von tiefer gehen Steine nach Norden. Von Norden gehen Spitzhacken. So, so schließt sich ja der Graf. Das heißt, oder? Die schießen... Die schicken jetzt in den Norden Werkzeug. Aber nicht in die Wüste. Brauchen sie aber auch nicht, weil Wüste hat ja ihre eigenen Werkzeuge. So, Durst hat er. Durst gehorcht. Das war quasi ein Lager oder ein Marktplatz in der Wüste zu viel. Das brauchen wir hier aber noch Menschen. Aber dann schließt sich doch der Kreis, oder? Alter, man muss richtig um die Ecke denken. Find ich krass. Find ich gut. Richtig, Wirtschaftssimulator. Das war's war's war. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Im Durchschnitt erreichen Regentropfen eine Geschwindigkeit von 35 km pro Stunde. Ich hätte sogar fast gedacht, die sind schneller, weil manchmal prasselt es ja schon richtig krass drauf. Aber schön, wie du wieder das unnütze Wissen rausholst. Das hast du schon lange nicht mehr gemacht. Achso, Miri, du solltest dir mal The Front angucken, ob du da Bock drauf hast. Gabax und ich würden da gerne reingucken und du könntest halt mitmachen, wenn du Bock hast. Das kostet gerade auch nicht so viel. 14 Euro oder so. Gabax, zitiere Gabax, die wird sie ja wohl noch haben. Der Airport Simulator wurde mir vorgeschlagen. Welcome to Air- Welcome to Airport Sim. A realistic simulation of vehicles. Ob ich das haben will, wurde gefragt. Oh ne, ich hab eigentlich da nicht so Bock drauf, gerade auf... Danke für dein Video. Du quatschst mir nur zu viel und zu durcheinander. Das nervig leider. Ich bin aber auch darauf reingefallen. Boah, Verena, Junge. Vor allem durcheinander. Ich sag einfach nur, was passiert ist nach und nach. Ist ja mit der verkehrt. Das ist Kritik, die ich nicht akzeptieren kann. Ich sag einfach Schritt für Schritt, wie es vorgefallen ist. Und sie sagt, ne, das wird so durcheinander. Dann ist es vielleicht durcheinander passiert. Das ist ja wie wenn du 1 bis 10 durchzählst, mit 1 anfängst. 1, 2, 3... Und die sagt, ne, das wird so durcheinander. Geil. Oh, ich weiß, wir könnten noch ein Lager auf jeden Fall produzieren. Äh, herstellen. Vom... Norden in den Dschungel. Und zwar mit Gewürzen. Damit der Norden sich selber Gewürz... Essen herstellen kann. Das wär noch was. Ich glaub, Miri hat wieder nicht zugehört hier, wa? Ja. So, wir haben 3, die nichts machen. Können wir gleich mal in die Sammlerhütte ballern. Halt, Sammlerhütte. Können wir nämlich schon mal sammeln. Damit ihr kein Messer... Müssen wir jetzt eh noch Hütten bauen. Für die neu rekrutierten. Miri, hörst du mir wieder nicht zu, oder? Hast du wieder Mute? Miri ist schon wieder weg, glaube ich. Ey, was sind denn hier diese Neuen? Die sind auch wieder richtig weit weg, ey. Hallo, Okami. Okami. Wieso eigentlich Okami? Wovon ist das? Wie bist du darauf gekommen? Bestimmt wieder irgendwas Anime-mäßiges, wo ich mich nicht auskenne, aber... Okami heißt Wolf. Ah, ok. Magst du also Wölfe? Bim. 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 Faszinierend, wie wieso? Also warum? Was findet man denn... Also ja, die sind schon nicht schlecht, aber was findet man daran faszinierend? Wir sind ja jetzt überall Hütten, äh. Wo sind wir denn jetzt? Ach, hier beim... Zum Glück gibt's ja nicht so viel Falschaden. Zum Glück gibt's nicht so viel Falschaden. Schallfaden. Nicht so viel Schallfaden. 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 Das диrerat. Ich sehe gerade, wann kam das raus? Heute ist der 22. Am 2. November kam das raus. Ich habe ein Key für For The King 2. Okay, wir werden uns heute noch mal angucken. So, mit O. Jetzt brauchen wir Hütten. Scheiße, wir haben kein Bambus. Bambutze. Was brauchten die, um anzufangen? Da müssen wir auch gleich mal das Werkzeug craften. Das sollten wir halt auch mal ordentlich machen. Und zwar... Die Dschungel-Ressourcensammler. Haben wir nur eine Sammelhütte? Wir haben da jetzt zwei. Sammler-Dschungel nur für Werkzeug. Und dann hier Sammler-Dschungel für Home. Und die holen alles. Und dafür immer genau 200 im Lager. Dafür behalten sie immer... 100... Haben wir 150 im Lager. Vor sie es wegliefern. Da hat man nämlich hier auch immer was. Dann hat man immer 150 hier bei denen im Lager. So. Und generell sammeln sie... Unbegrenzt. Ja, ja, ja. Das ist gut. Ich finde das Verhalten im Rudel interessant und finde es wunderschön, dass es wunderschöne Tiere sind. Und sie sind der Grund, warum Waffles existiert. Wuffels. Was ist Wuffels? So. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Werkzeug. So, Holz. Wir haben jetzt noch den Waffen... Ne, den Werkzeugmacher, der hier für... Er hat keine... Keine Rankeln. Alter. Haben die überhaupt was? Hunde. Das heißt Hunde. Ich kenne nur Dogs. Als... Als Hund quasi. So, das heißt ja hier, Home... Hat Werkzeug eigentlich gar nichts verloren. Da muss man ja auch schon mal ein bisschen aufräumen. So, da sind hier so viele Hämmer. Da wirst du ja behämmert. Ich glaube, der Werkzeugmacher braucht Hämmer, richtig? 38 ist... So, mir fehlt es dann wieder, weißt du. So, das müssen wir ins Lager packen. Achso, warte mal. Ne, wir müssen noch mal gucken. Zu welchem ist der jetzt zugeordnet? Home. Ja, ist richtig. Der kümmert sich ja nur um das Werkzeug, was die hier in dem Kapuf brauchen. Viel zu viele Hämmer, alle. Oh, das braucht er gar nicht mehr herstellen. Ey, Kumpel, warte mal. Der Werkzeugtyp stellt das noch her. Trinkschläuche, weg damit. Jetzt brauchen wir noch Steine im Lager. So, jetzt haben sie erstmal die Grundressourcen alle wieder drin, richtig? Holz noch. Wieso liefern die alles wieder weg? Die sollen doch 150 immer Lager lassen. Ah, das wurde direkt... Ne. Hä? 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 Na ja, so, lass ich ja machen. Ach ja, da ich gerade beim Kochen bin. Cremiges Pilz-Pilz-Risotto mit Körben und karamellisierten Birnen und Walnüssen. Hast du schon was rausbekommen wegen HelloFresh? Äh, ne, noch nicht, muss ich Angie mal fragen. Ja, wieso ist das jetzt alles komplett weg? Wieso ist das jetzt alles komplett weg? Das macht für mich gar keinen Sinn. Ja, Deva, das schleift da leider ein bisschen bei Twitch. Dafür kriege ich doch da wieder nicht ins Lager. Boah, das ist schwierig, da auch eine Balance zu finden. Wie viel die dann auch weiterschicken dürfen an Werkzeug. Hier, die sollen ja nicht immer alles weggeben. Mal drei von jedem im Lager lassen, auf jeden Fall. Außer die, die brauchen das nicht. Jetzt brauchen wir erstmal noch Bambus eigentlich. Bambus ist einfach komplett weg. Also diese ganzen Hämmer. Da war ein Hase in meiner Bude. Ah, ich muss noch Bambus holen. Um, ich muss noch Bambus holen. aber sonst ist glaube ich alles hoffe ich alles gut bei dir ja so reicht erst mal krank zu hause musste mir seit tagen die seele aus dem leib schüttel frost das hört sich aber stark nach karoni an du jetzt brauchen noch ein paar schlafen und zwar zwei kleine bauen wir dann auf jeden fall gute wässerung erst mal bis sonntag krank geschrieben ja dann ruhe dich gut aus hast du zeit zum stream gucken haha hast du denn die glocke aktiviert das wissen auch viele nicht dass sie bei twitch extra eine glocke aktivieren müssen so das hammer jetzt noch drei leute zur verfügung jetzt ist mal gucken hier werkzeug typisch da brauche ich noch mehr leute bei kleiner hütten bauen wird noch zwei holen tatsächlich ich da 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 noch mal los und zweimal leute rekrutieren das ist halt nun mal das hauptlager das am wichtigsten immer dieser bambus so schon mal solaris gespielt nee tatsächlich nicht sogar immer benachrichtigung aktiviert aber das aber nicht mal das klappt das aber schon krass ich finde es auch ein bisschen komisch wenn man kann in den einstellungen bei twitch gucken als partner wie viele leute wie viel benachrichtigung dann raus ging das steht halt seit jahren wirklich seit jahren steht das auf 1000 glaube ich nicht mal dass 1000 leute das bekommen weil dann würden hier glaube ich doch ab und zu mal ein paar mehr reinschauen alleine einfach mal zu gucken und zweitens kann das ja nicht immer 1000 seien also immer eine gerade zahl so da schleift auch ein bisschen finde ich bei twitch kenne ich gar nicht miri miri du hast mir vorhin nicht geantwortet wirst du mir schon wieder nicht zu wenn ich mit dir rede ich bin gespannt ob wir jetzt noch irgendwas vergessen haben bei der produktion von den werkzeugen was jetzt hier auch schon wieder für ein riesen dorf ist sorry hat geklingelt musste päckchen erholen gewisser gab es bisher glaube ich hauptsächlich nur in düsseldorf aber letzte woche in stuttgart hatten die ein regal voll rahmen essen im laden gab es das auch okay ne miri du solltest dir mal die front angucken aber dann gab es doch nicht jetzt demnächst mal reingucken mit einem server und so und ich zitiere ich zitiere gab es das kostet ja gerade nur 14 euro bei steam die wird doch miri wo noch haben die wird sehr wohl noch haben hat er gesagt er guckst du mal an vielleicht ist es was für dich dann kannst du wieder mit werden wird dann server aufmachen ein paar leute würden schon aus der community auf jeden fall noch mitspielen regen es regnet jetzt mal was trinken so jetzt müssen wir noch mal zweimal leute holen gehen und es ist aber heute auch also wenn man das wenn man das ordentlich machen will muss man ja schon sagen dann ist das viel rennerei viele hütten viele bewohner das ist schon krass wenn man es richtig machen will und ich mache es halt gerade mal 100 prozent richtig quasi also the front sieht interessant aus wenn ihr noch einen platz frei habt sagt bescheid na ich mache einen server generell also da kann dann eigentlich jeder von euch rauf aber kannst du ja mal angucken miri da muss man so verteidigung gegen zombies bauen und viel kraften und eine base bauen und so ein labyrinth quasi wo die zombies dann durch rennen und dann baut man da fallen hin und dann wollte man sich wenig sterben und beschützt halt so seine base und die waren gar nicht so weit weg so dann haben wir wieder drei neue erst mal ins lager ballern miri antwortet mir einfach nicht ja ja miri alles ist immer wichtiger erst ist zu mich jetzt ignorierst du mich also ich frage mich wo das noch hinführen soll mit dir umso älter werden umso frecher werden sie oh nein was sind das guck mal der speer ist da oben auf dem berg sehr cool er hält wirklich ausschau von da oben so hast du noch ein feuer gefunden oder was er hat die wirklich gefunden guck der hat zwar über den berg drüber geguckt aber er hat sie gefunden ich freue mich schon angie bringt mir nachher muskel relax tabletten mit rutscht mein nerv wenigstens wieder raus hoffe ich so jetzt haben wir noch zwei noch drei mit hämmern so jetzt müssen wir erst mal hier oben gucken sammler aber auch noch zwei jetzt haben wir sammler für werkzeug der arbeitet holz so jetzt haben wir schon mal hier oben es ist aber Okay. Dann haben wir müssen wir denselben Bums jetzt nochmal haben, quasi. Sammler. Holzfäller für Werkzeug. Ja, komm, haubert auch noch einen rein. Und Werkzeug für zu Hause. Okay, das passt. Dann haben wir die Fischerhütte. Der versorgt den Koch. So, dann haben wir es doch. Jetzt arbeiten die auch alle tatsächlich. Endlich mal. So, Markt, Wehrzeug, Dschungel nach Norden. Wieso liefern die nix? Hey, Imbi. Imbi, ich bin ehrlich, ich freue mich, dass du mal wieder reinschaust. Was geht ab? Viel zu viel. Viel zu viel. Weiß ja nicht, ob du schon mal heimlich gelürgt hast und irgendwas mitbekommen hast, aber du kannst ja gerne mal Ausrufezeichen in die Wohnung eingeben. Oder so. War cool, dass du mal wieder reinschaust. Altes Haus. Hey, das heißt aber jetzt, den Dschungel haben wir eigentlich fertig. Jetzt wird nur noch nichts geliefert. Da müssen wir jetzt noch mal gucken. Why? Das hier ist jetzt das Lager, ja? Für das Werkzeug. Ja, ja, aber da landet Werkzeug. Guck mal. Das sieht gut aus. Aber wisst ihr, was die nicht bekommen aus dem Lager? Doch. Aber woher kriegen die ja jetzt ihr Essen? Kriegen die das auch aus dem Lager? Werkzeug? Nee. Leonor. Grüße. Aber hier ist ja kein Essen drin. Woher kriegen die denn jetzt ihr Essen? Das verstehe ich nicht. Oha, ihr Biet zieht voll durch jetzt, Muskelbude. Krass. Ist ja verrückt. Oh. 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 Und das gesamte Team von freuen uns wahnsinnig darauf, auf bald den anstehenden Early Access von Pioneers of Begonia am 13.12. Da du dich für die bei uns gemeldet hast, möchten wir dir ein Update über unsere Planung mitteilen. Okay. Geil, ab 5.12. Und ich bin nicht da. Ab 5.12. gibt's Pioneers of Begonia. Ach nö, ich bin echt nicht da. Ach so, okay, das ist Vorabzugang, aber du darfst eh nichts zeigen. Ab 7. darf man zeigen. Na gut, dann am 10. Am 10. gibt's dann Pioneers of Begonia. Sumo! Dankeschön für die 13 Monate! Die geht raus. Pifi, dank. So, jetzt würde ich aber gerne mal wissen, wir werden jetzt einfach mal pennen und die Produktion hier durchratern lassen, kurz. Sport muss sein, man wird nicht jünger, laufe momentan auch 2 Kilometer. Oha, krass! Voll gut! Aber machst du das jetzt erst oder hast du schon immer Sport gemacht? So, jetzt machen wir mal hier 24 Stunden Schlaf, damit wir die Ressourcen holen. Chris, hast du Headset-Empfehlung für unter 100 Euro? Ah, ne. Bei Headset spare ich auch ehrlich gesagt nicht, weil... Hä, wieso habe ich denn jetzt noch Ton im Inventar? So, jetzt müssen wir mal gucken. Der Sammler hat kein Messer. Was ist denn mit dem Werkzeugtyp, der Messer herstellen soll? Der hat keinen Stein. Und was ist mit dem Sammler, der eigentlich Steine holen soll? Der hat wiederum kein Messer. Ich kriege zu viel, Leute, wirklich. Jetzt sind hier keine Messer in dem Homelager. Dafür tausend Hämmer. Ich werde behämmert. Ich empfehle ihn Steine. Was ist mit dem Sammler für Home? Ich empfehle ihn Steine. Also diese Produktionsketten sind schon nicht einfach. Das sage ich euch echt. Ich laufe seit Jahren. Bude jetzt wieder. Okay, krass. Voll gut. Finde ich gut. Ich habe halt leider nicht so viel Geld. Ja, Deva, dann... Hammer-Headset aus dem Baumarkt für 9,99 Euro. Ja, wow. Hier sind jetzt viel zu viele Hämmer drin. Das ist richtig behämmert. Die müllen hier wieder in den ganzen Dings zu. Ich verstehe nicht, warum die so viele Hämmer machen. Hier ist auch noch ein Hammer. Scheiße. Also irgendwie komme ich da nicht so richtig... Das ist kein gebrauchtes Headset irgendwo. Keine Ahnung. Wie gesagt, das... Deva will ja eins, nicht ich, aber... Ich glaube da nicht so richtig dran, dass man für unter 100 Euro ein gutes Headset kriegt, ehrlich gesagt. Kann mich natürlich auch irren, so ist es nicht, aber... Ich habe gesagt, er soll nicht mehr als 5 Hämmer machen. Das heißt, er sollte jetzt ja nicht mehr mehr 5 Hämmer machen. Also keine Hämmer mehr herstellen. Könnt ihr auch einfach... mal so machen. Genau, jetzt macht er Sperre. Ach guck mal, es ist gar nicht so genug Platz. Produzieren die aber schon 4? Okay, dann sagen wir mal, die sollen 4 herstellen. Werkzeugmacher für Home. 4. Produktionslimit 4. Weil das wird von da aus nirgendwo weitergegeben. So. Das heißt, der würde jetzt noch Äxte machen, wenn ihr alles täuscht. Müsst ihr da jetzt... MC Hämmer, let's dance. Gibt auch Headset auch kostenlos aus russischen Panzern. Bitte was? Okay, da kommt die Axt. Okay, das haut jetzt wenigstens schon mal hin. Jetzt können die Sammler weitermachen. Und ich wollte mal gucken, wo ist denn jetzt unser Sammler gewesen? Hier unten, glaube ich. Nee, da. Okay. Ich wollte mal kurz gucken, wie hier die Produktionslage überhaupt ist. Jetzt kann ich das nicht machen, weil ich keine Ressource habe. Bambus erst ranken. Bambus erst ranken. Bambus erst ranken. Hier sieht es eigentlich ganz gut aus, tatsächlich. Gar nicht so ein schlechter Platz, bloß für Steine halt nicht. Danke für den Lurk auf jeden Fall. Lass dich hier mal wieder sehen. So, jetzt haben wir die ganzen Bambus hier mal aufgeräumt. Jetzt könnte man diese Hämmer zum Beispiel ja schon mal in das Lager da drüben packen, was ja auch für Werkzeuge gedacht ist. Ne, ganz ehrlich. Oh, Vorsicht laut! Und da die ja immer weggeliefert werden. Sagen wir jetzt dem Werkzeugmacher, er hat ein Maximum von ich glaube, fünf reicht. Fünf Messer, fünf Hämmer, fünf Spitzhacken. Und von diesen fünf, die er herstellt, soll er immer vier wegliefern. Was bedeutet... Wobei, ist ja auch Quatsch. Wieso würde ich da eins aufheben? Ah, immer nur einen. Okay, der kann aber auch mehr produzieren. Macht keinen Sinn. Acht. Gut. Gut. Ich verstehe nur gerade nicht. Wer nimmt der aus allen Lagern, oder nicht? Ey, jetzt verstehe ich auch nichts mehr. Der nimmt aus allen Lagern. Aber hier wird jetzt überall produziert, es fehlt nichts. Im Dschungel ist quasi Picobello. So. Und dann noch mal Wüste. Also wir werden jetzt trotzdem mal pennen. Oh, was trinken auf jeden Fall. Kurz orientieren. Wir sind hier. Da unten ist Wasser. Essen. Schlafen. Einfach mal 48 Stunden schlafen, um zu gucken, ob der ganze Haushalt, den wir hier haben, die Produktionskette, irgendwo noch zu schwach ist. Einmal. Zweimal. Einmal noch mal bis Mittags. um zu gucken, ob sie arbeiten. Gut. Ja. Ist voll, ist voll, ist voll. Sind alle am Arbeiten, alle am Werkzeug. Sieht nice aus. Hallo Jesse, grüße. Dann haben wir jetzt, glaube ich, den Dschungel sehr gut im Griff. Also ich frage mich jetzt, Holz. Wer sagt, wir haben 500 Holz? Sammeln die das Holz in den Hütten oder was? In den Holz verlaufen? Gar nicht. Ich weiß nicht, wie die auf 500 Holz kommen. Pfeil und Knopf echt. So, einfach, damit ich auch wieder was bauen kann. Nehme ich mir jetzt... Echt keine Steine, krass. Krass, 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 krass. Nehme ich jetzt trotzdem hier die Hälfte weg. Alter, die haben auch keine... 155 Rankeln. Wo nehmen die die Rankeln her? Ich verstehe es nicht. Ach, im Marktplatz vielleicht. Da ich die Ressourcen aber alle brauche, haue ich die jetzt nicht in die Wüste, sondern behalte die selber. mal rein theoretisch. Funzt jetzt alles. Alle arbeiten. Außer der Werkzeugmacher, der ist überall voll. Messer kann er machen. Guck. Messer wurden verbraucht. Geh mal noch ein bisschen höher. Okay, das passt ja. Das passt. Nein, jetzt die Produktionskette steht. Jetzt müssen wir aber von hier aus wieder in die Wüste rennen. Wenn ich jetzt aber hier genug Werkzeug habe. Ja stimmt, das Werkzeug wird ja in den Norden geliefert, richtig? Und da bitte auch nicht, nie mehr als 5. Sonst ist das Lager ratzfatz voll. Wobei die liefern das zum Marktplatz, nicht zum Lager. Mach mal 8. Mach mal Buffer. Buffer. Buff Buff. Buff. Buffer. Untertitelung. Hier ist halt voll, ja ist egal. Hier fehlt was. Das ist aber Wüste. Gut. Äh. Ab in die Wüste! Links, zwei, drei, vier, links, zwei, drei, vier, auf jeden Fall. Wieso macht er das Emote? Ich sehe das Emote bei mir nicht. Das ist cool, warum nicht? Jumi, sag mal, ab wann, ab wann soll ich ein Weihnachts-Emotes einbinden? Ist das noch zu früh für Weihnachten? Nö? Ja stimmt, das sind vier Wochen, ne? Vier Wochen ist Weihnachten. Ja stimmt, das sind vier Wochen, ne? Ja, mit denen? Guck mal, bewege dich 25 Kilometer im Spiel. Ah, wir sind auch fleißig. Hahaha. Wir treiben auch fleißig Sport im Spiel. Alter, ist das immer laut. Junge, ich war halt richtig sportlich aktiv. Ich bin 25 Kilometer gelaufen. Hehehehe. Sonic! Wo ist die Ringe? Ciao! Ich wechsle die Emotes ja immer durch. Ich habe auch Weihnachts-Emotes. Der Gringe haben wir zum Beispiel. Dann haben wir so ein... Ich weiß gar nicht mehr, was wir für Weihnachts-Emotes hatten. Das muss ich mal ganz kurz gucken. Das interessiert mich mal. Das interessiert mich mal. Das interessiert mich mal, Coach. Das muss ich auch nicht lange suchen. Ich weiß genau, wo sie sind. Äh... Emotes. Christmas. Christmas. Emotes. Ah. Stimmt das mit der Lichterkette? Ah. Okay. So, jetzt müssen wir noch ganz kurz mal die Wüste abchecken. Aber ich glaube, da läuft soweit eigentlich auch die Produktion rund. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, mit dem wasch Weihnachts-Emotes. Ja. Mach ich mal fertig. Oh, ich finde es immer ganz cool, das anzupassen. Zu Halloween hatten wir ja auch ein paar Halloween-Emotes und so. Mach mal so saisonmäßig die Emotes austauschen. Es gibt halt auch schon wieder neue Emotes, aber wir haben halt keine Slots. Ich finde halt aber auch die Slot-Freischaltung ist halt schon heavy. Also um jetzt einen neuen Slot freizuschalten, brauchten wir 500 Subs, alter. Das ist halt schon hart. Um einen neuen Slot zu kriegen. Also um eine Mode mehr einzubinden. Das ist halt schon krass. Weit, weit weg von unseren Möglichkeiten. So, jetzt können wir mal gucken, dass wir hier noch ein bisschen Holz gleich da lassen. Wir sind ja jetzt einmal hier. Aber Obsidian habe ich hier noch gar nicht gefunden. Das ist Holz. Eigentlich wie Obsidian, das gibt es bestimmt ab da oben irgendwo. Auf jeden Fall nur einen Turm, nicht zwei. Der lässt mich hier nicht durch. Ja, so schwer. Ich nehme dich aus. Ich nehme dich aus. Anyways, ich nehme dich. Vor allem, wo ich gerade so... Ich weiß auch nicht, wie ich da jetzt drauf komme, aber wo ich gerade drüber nachdenke. Tanzverbot ist ja pleite, weil er Steuerschulden hat. Das Ding ist... Jetzt sammelt er Spenden oder kriegt halt Spenden von seiner Community, die er nun dabei unterstützen möchte. Und die wiederum muss er ja auch versteuern. Wenn er sich dann quasi kein Geld zurücklegt. Scheiße, komm ich da irgendwie hoch? Dann hat er wieder neue Steuerschulden. Nice, das klappt. Man kann bescheißen. Man muss nicht alles bauen. Juhu! Alter, kein Bauschutz würde das abnehmen. Ey, warte mal. Bambus fehlt, verdammt. Aber wir haben schon ein bisschen mehr jetzt ganz gekriegt. Das ist sehr hoch, das ist sehr hoch. Ja, geht noch. Fallschaden. Fallschaden. Ist überbewertet. Wie spielt haben wir es denn? Wir gucken jetzt nochmal ganz schnell in die Wüste. Wie da der Stand der Dinge ist, zwecks Lieferkette. Und wenn da alles hinhaut, dann wechseln wir mal das Spiel. Dann gucken wir uns mal For The King 2 an. Das ist, glaube ich, so ein Strategie-RPG irgendwas. Das sah auf jeden Fall sehr interessant aus, deswegen würde ich da gerne mal reingucken. Ich hatte den Key schon ewig lange eigentlich im Postfach. Ich habe ihn tatsächlich übersehen, beziehungsweise ich habe ihn zwar gekriegt und auch wahrgenommen, aber dann wieder vergessen. Weil so viel Kacke passiert ist. Deswegen holen wir das dann mal noch nach. Ich weiß halt nicht, wann Angie heute nach Hause kommt. Die wollte mir eine Stunde vorher Bescheid sagen. Bis jetzt hat sie sich noch nicht gemeldet. Also ein bisschen Zeit haben wir noch. So, jetzt gucken wir mal kurz ins Lager. Und zwar haben wir hier ein Lager. Das würde ich auch für Ressourcen lassen. Das bedeutet Lager Ressourcen Wüste Haben wir denn hier noch ein Lager eigentlich? Wir hatten auch noch eins gebaut da hinten, oder? Ne, hatten wir nicht. Doch. Ne, das hier ist ja der Töpfer. Ach guck mal, wir können hier mal überall die Dings noch austauschen. Das waren... Ne, wir hatten noch... Wir hatten kein zweites Lager. Das war's für heute. Das war's für heute. So, eins brauchen wir noch. Vorsicht, es wird laut, Leute. Eins brauchen wir, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Das war hier beim Holzfäller. Autsch. Alter, das ist aber auch richtig laut. So. Das hier bringt Ressourcen vom Wüsten, von der Wüste in den Norden, aber nehmen wir uns gleich mal die Hälfte weg. So, was haben wir hier? Jetzt haben wir erstmal genug. Das waren aber auch genug. Okay, wir sollten hier mal Ordnung schaffen. Und zwar, ich packe meinen Koffer. Boah, die haben kaum noch Essen. Warum haben die in der Wüste kein Essen mehr? So, jetzt machen wir erstmal hier Ordnung. Der Werkzeugmacher in der Wüste soll nie mehr als fünf Werkzeuge pro Werkzeug machen. Sperre brauchen die in der Wüste überhaupt nicht. Sperre braucht nur der Fischer, also kannst du Sperre schon mal unter Ulk verbuchen. So. Mal selbst der Jäger, wenn mich nicht alles täuscht. Was braucht der Jäger? Äxte, mehr nicht. Ne, das ist ja der Holzfäller. Stimmt, Jäger haben wir noch. Ey, mir fehlt noch ein Steintodem. Der braucht nur, doch der braucht einen Sperre. Guck mal, okay. Also. Werkzeugmacher in der Wüste. Sperre auch. Gut, aber von jedem nur fünf. Sonst quillt das Lager über von Werkzeugen. So, hier mal hacken. Auch nur fünf. Dann haben wir Hämmer. Jäger her. Siey. Das ist nicht so, ja. Das ist nicht so, ja. Ich bin... Leider. Ich bin... Messer haben die auch keine. Ich sag mal, so ein Lager ist schon knapp. Machen wir mal vier. Vier soll er herstellen von allem. Mal schlafen bis es hell ist. Und die Arbeiten. Pilze fehlen im Norden. Den nennen wir direkt Pilzsammler. Ja, wobei Sammler Pilze im Norden. Der holt nämlich nur Pilze. Aber die anderen Ressourcen muss er auch nicht holen, weil die ja geliefert werden. Wobei, werden die auch im Norden geliefert? Ne, die werden doch nur vom Dschungel... Dschungel... In die Wüste geliefert. Aber nicht in den Norden. Stimmt, und wir haben doch jetzt noch einen... Stimmt, die werden nur in die Wüste geliefert. Und dann kann ich sagen, wir sollen noch Ressourcen wie Ranken... Bambus... Wir sollen 100 hier behalten und 100 verteilen. Wobei, machen wir 150. Ey. Dann hast du auf jeden Fall immer genug da. So, was haben wir noch? Große Blätter und Gewürze. Und schon... Ah, ne, nicht Gewürze. Äh, Kräuter. Und schon hast du alle Ressourcen überall. Ja. Jetzt brauchen wir da aber noch vier Leute. Im... Norden. Hä? Hä? Zauberen ja jetzt. Mach da jetzt ein N hin. Da hat er nicht noch ein Zeichen frei, oder was? Da hat er halt nur N für Norden sah. Vier Leute brauchst du dann aber noch in der Wüste. Äh, das ist dann das Lager hier hinten. Äh, das ist dann das Lager hier hinten. Hier ist aber auch in der Wüste in Norden. Hier ist aber auch Ressourcen in der Wüste in Norden. Das heißt, das heißt, drei Leute. Na ja, das geht doch. Dann brauchen wir noch eine Hütte. Okay. Da. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir müssen noch einmal Leute holen und dann haben wir es. Dann sollte der Kreis nicht schließen. Dann haben wir eigentlich die perfekte Versorgungskette. Hat ja auch nur vier Stunden gedauert. Untertitelung des ZDF, 2020 So. Nice, nice, nice. Dann haben wir es. Dann dürften immer alle Lager voll sein. Hoffe ich. Dann wechseln wir noch mal schnell das Spiel. Wir werden auf jeden Fall bei For the King zweimal reingucken. Installiert ist es schon. Oh, ich habe vergessen zu trinken. Zum Glück haben wir hier tausend Flaschen mit. 59 Flaschen, krass. Das ist doch wieder das weiteste Camp, ey. Let's gehen mal. Da-da-da, da-da, da-da-da-da da-da-da. Zitzen Kennt jemand For The King das Spiel? Also Teil 1 vielleicht? Oder auch schon Teil 2, jetzt ist er schon wieder 20 Tage raus. Ich sag halt, das ist das weiteste Camp, Alter. Ist das jetzt noch hinter dem Stein? Alter, was? Oh nein. Nein, leck mich doch am Huf. Ja, am beschissensten Ort, ey, das ist wirklich am... Weil hier kommst du jetzt nicht lang, wa? Die ist jetzt unsichtbare Wand und dann Arschlecken Feuerwerk, du musst ringsherum laufen. Obwohl es direkt daneben ist. Das ist so dumm. Das ist so dumm. So dumm und Komora. Jetzt stellt euch mal vor, man müsste ständig anhalten für Ausdauer. Oh, dann haben wir schon 83 Leute. Krass. Ich hab am Anfang nicht gedacht, dass das so weit hoch geht von der Einwohnerzahl. Oh, da sind sie. Mitkommen. 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 Stamm. So. 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 Untertitelung. BR 2018 Kochst du immer noch, Juni? Das dauert aber lange. Das ist mir ja auch Zeit. Joa. Immer gemütlich, finde ich gut. Ich sage immer, uns hält sich ja keiner. Okay, das war glaube ich bis jetzt das weiteste, was wir gehen mussten, um Leute zu rekrutieren, ey. Oh, mal so ein bisschen Glücksspiel. Musik So, da sind wir zurück. Dann werden wir mal kurz schlafen. Kurz, 24 Stunden. Das ist ja ein Kacksturm wieder. Und dann gucken wir mal. Der Norden hat kein Werkzeug. Hä, und die Sammler auch nicht? Im Dschungel? Was macht denn der Werkzeugtyp? Das ist ja ein Kacksturm. Dann kann es halt hier nicht so hoch gehen. Da ist ja gar kein Platz mehr dann. Das ist ja ein Kacksturm. Tja, der muss mehr Messer machen, weil sonst können die Sammler keine Steine holen. Und dann hat er wieder keine Steine zum Messer machen. Also, schwierig. So, aber jetzt speichern wir erstmal. Jetzt habe ich die Schnauze voll von... Ich schnauze voll von Transportwegen hier.